Zuletzt hatte ich Ihnen Ableitungen in kontextfreien Grammatiken gezeigt und gleichzeitig behauptet, dass kontextfreie Grammatiken praktisch nützlich sind. Da passt doch irgendwas nicht zusammen. In der Praxis verwendet doch kein Mensch solche Ableitungen. Und nützlich sind die auch nicht, denn dieses Erzeugen von immer länger werdenden Ketten von Symbolen, Terminalen, Nichtsterminalen, kann doch letztlich keiner verwenden, um zum Beispiel eine Programmiersprache in Maschinencode zu übersetzen. All das stimmt. Deshalb wollen wir uns heute eine sinnvollere und nützlichere Darstellung von Ableitungen für Wörtern in kontextfreien Grammatiken anschauen. Es geht um Ableitungsbäume. Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Markus Krutsch und dies sind die Videos zum Thema formale Sprachen und Automaten der TU Dresden. Ich hatte Ihnen beim letzten Mal ein kleines Beispiel gezeigt, dieser Grammatik hier, die eine Art einfacher arithmetischer Ausdrücke ableitet, aber trotzdem dabei schon einige ganz spezielle und wichtige Features von kontextfreien Grammatiken verwendet, nämlich insbesondere die korrechte Klammerung. Das ist etwas, was wir mit regulären Sprachen nicht sicherstellen können und dafür haben wir auch gute Argumente kennengelernt, als wir über reguläre Sprachen gesprochen haben. Versuchen Sie mal, die auf diese Sprache anzuwenden. Beweisen Sie mal, dass diese Sprache nicht regulär sein kann. Das sollte Ihnen mit dem, was Sie schon haben, eigentlich gelingen. Okay, ich hatte Ihnen eben auch diese Ableitung gezeigt und wie gesagt, richtig sinnvoll ist das nicht, diese Struktur. Wir haben eine lange Kette von Umschreibungen und am Ende kommt das Wort heraus, aber es ist nicht so richtig klar, wie man so eine Struktur sinnvoll verarbeiten können sollte, wenn man jetzt zum Beispiel das als eine Art von Programmiersprache begreift oder einen Teil einer Programmiersprache vielleicht, mit dem man bestimmte Strukturen ausdrücken kann. Denn was wir da in der Regel wissen wollen, ist ja die innere Struktur des Ausdrucks. Es interessiert uns nicht so sehr, ob der Ausdruck überhaupt ableitbar ist. Davon geht man häufig aus. Es kann natürlich sein, ich habe einen Syntaxfehler gemacht beim Programmieren und das Programm ist selbst überhaupt nicht Teil der Sprache, aber in vielen anderen Fällen ist das Programm Teil der Sprache und es ist wichtig für den Compiler zu verstehen, welche Struktur das Programm hat, um es adäquat handeln zu können. Und das lässt sich hieraus überhaupt nicht sinnvoll ableiten. Um das besser zu machen, gibt es die Möglichkeit, Baumstrukturen zu betrachten. Sicherlich etwas, von dem Sie auch in verschiedenen Kontexten schon gehört haben. Ich werde es auch gleich nochmal dazu sagen, welche Anwendungen es da so gibt. Die Grammatik hier ist dieselbe wie gerade eben und die Ableitung wird auch dieselbe sein, aber ich möchte sie hier auf der rechten Seite noch ein bisschen anders darstellen, als wir das bisher gemacht haben, nämlich als Baumstruktur. Wie geht das? Naja, wir hatten gesagt, wir ersetzen S zunächst durch M. Das tue ich, indem ich S einen Kindknoten verpasse, der mit M beschriftet ist. S ist hier die Wurzel. Wir wissen, in der Informatik wachsen die Bäume immer von oben nach unten. Die Wurzel ist also das oberste und wir schreiben den Kindknoten darunter, entsprechend dieses Schritts. Als nächstes hatte ich M durch diese Sequenz hier ersetzt. Und jetzt können Sie sich überlegen, wie das wohl aussehen sollte hier. Genau, wir müssen, wenn wir das darstellen wollen, nicht ein Kind einführen, sondern mehrere, nämlich für jedes Symbol eins. Das heißt, ich habe hier die Klammer S, Stern, S und noch eine Klammer. Und das sind jetzt fünf Kindknoten und außerdem sehen wir an der Stelle, natürlich muss das ein geordneter Baum sein. Damit das eine sinnvolle Darstellung ist, muss klar sein, dass das das erste Kind ist, dass das zweite, dass das dritte und so weiter. Eine Vertauschung der Reihenfolge würde zu etwas führen, was nicht der originalen Ableitung entspricht. Okay, damit habe ich jetzt eine Verzweigung. Und jetzt sehen Sie auch, wie das jetzt weitergehen kann. Ich hatte als nächstes ja das erste S hier ersetzt mit V und dabei das erhalten. Und Sie sehen, wie wenig effektiv die Ableitung das darstellt. Ich wiederhole alles noch einmal und ersetze nur ein einziges Teil, das V. Dagegen im Baum hänge ich einfach ein V unten ran. Und dieses V kann ich jetzt weiter ersetzen durch das X, wie ich es gemacht hatte. Und dann geht es hier drüben weiter. Das zweite S wurde durch A ersetzt. A wiederum durch diese Expansion mit dem Summenzeichen. Und dann kam das erste S zuerst dran mit Y und dann das zweite S mit Z. Und damit habe ich die komplette Ableitung generiert, aber gleichzeitig einen Baum geschaffen, der die Struktur dieser Ableitung adäquat wiedergibt. Also hier sehe ich viel besser im Baum, wie die verschiedenen Ausdrücke ineinander geschachtelt sind. Also ich sehe zum Beispiel, dass A ein Unterausdruck ist von M in dieser Art. Das kann ich hier schlecht oder gar nicht erkennen. Okay. Und diese Baumstruktur kann man nutzen und verarbeiten an vielen verschiedenen Anwendungen. Bevor wir darüber sprechen, vielleicht erst mal noch ein bisschen was zur allgemeinen Definition. Sie haben im Prinzip ja schon gesehen, wie das Ganze funktioniert. Wir fangen mit einer Grammatik an und betrachten eine bestimmte Ableitung. Und wir wollen jetzt für diese Ableitung einen Ableitungsbaum konstruieren. Wie passiert das? Zunächst einmal beginnt der Ableitungsbaum immer mit der Wurzel S, dem Startsymbol der Grammatik, wie hier angegeben. Könnte auch anders heißen, wir haben es immer S genannt, aber im Prinzip ist es hier gegeben. Und dann baut der Baum schrittweise auf, indem jeweils die Blätter des Baumes, wenn ich sie von links nach rechts lese, in der Reihenfolge, immer genau das Wort ergeben werden, was zu dem Zeitpunkt der Ableitung gerade als Zwischenschritt konstruiert wurde. Und in jedem Schritt konstruiere ich den Baum oder erweitere ich den Baum so, indem ich das Nicht-Terminal-Symbol suche in der Menge der Blätter, welches hier durch die Regel als nächstes ersetzt wurde. Also irgendeine Regel muss ja in jedem Schritt angewandt worden sein. Und dann unter dieses Nicht-Terminal-Symbol, wo es auch immer im Baum stehen sollte, entsprechende Kindknoten einfüge. Und zwar genau so viele, wie es der Länge des Wortes U entspricht, in das ich hier umgeschrieben habe. Und diese dann von links nach rechts mit den entsprechenden Symbolen aus U beschriftet. Und Sie sehen schon, die Behauptung, dass nach jedem Schritt die Blätter des Baumes genau dem Schritt in der Ableitung entsprechen, kann man auch induktiv beweisen über genau diese Konstruktion. Ja, sicherlich im ersten Schritt, wo ich mit S beginne, ist das Blatt S und das ist offenbar wahr. Und man sieht leicht, dass also in jedem Schritt genau durch diese Ersetzung diese Eigenschaft erhalten bleibt. Das heißt, ich habe immer an den Blättern die richtigen Symbole stehen und das garantiert mir dann, dass ich auch in jedem Schritt wieder diese Ersetzung mit dem entsprechenden in WI vorkommenden Nicht-Terminal-Symbol durchführen kann. Also ich finde das auch wirklich irgendwo als Blatt, sonst wäre das problematisch. Okay, man kann solche Ableitungsbäume auch als Syntaxbäume oder eben auch als Parsbäume bezeichnen. Wenn man sie als Parsbäume bezeichnet, dann hat man allerdings meistens im Kopf, dass man sie nicht generiert hat aus dem Startsymbol heraus, sondern dass man sie gefunden hat durch Analyse des Wortes der Sprache. Also ein Compiler erhält ja in der Regel das Programm als Eingabe und erzeugt dann daraus den entsprechenden Baum. Nicht umgekehrt, der Compiler hat nicht die Aufgabe, aus dem Startsymbol Java-Programm ein Java-Programm zu erzeugen. Auch wenn das dann natürlich mit einem entsprechenden Ableitungsbaum getan werden könnte. Okay, das heißt, so können wir von einer konkreten Grammatik-Ableitung immer zu einem Ableitungsbaum kommen. Über Parsen will ich ja übrigens nicht weiterreden, zumindest mal nicht hier. Vielleicht gibt es später noch ein paar Bemerkungen dazu. Dafür gibt es natürlich reichlich Techniken. Da gibt es auch eigene Kurse dazu, wo man die Details noch viel genauer erfahren kann. Die Frage umgekehrt könnte man natürlich auch stellen, wenn man jetzt einen solchen Pars-Tree, einen Syntax-Baum gegeben hat für ein bestimmtes Wort, kann ich dann daraus auch eine Ableitung konstruieren. Also vom Ableitungsbaum zur Ableitung geht das. Und im Prinzip ist die Antwort ja, wie man erwarten würde. Aber es stellt sich heraus, die Antwort ist natürlich nicht eindeutig. Es gibt verschiedene Ableitungen, die zu dem gleichen Ableitungsbaum gehören. Hier sehen Sie nochmal den Baum, den ich gerade gezeigt habe, und die Ableitung, die ich dazu verwendet habe. Aber man könnte genauso gut eine andere Ableitung verwenden. Denn was hier passiert ist, also der Anfang ist so ähnlich, aber ich habe dann nicht das erste S durch V ersetzt, sondern ich habe erstmal das zweite S durch A ersetzt. Hier drüben weitergemacht. Und dann das A expandiert und dann, als ich alle S-Symbole eingeführt habe, habe ich angefangen, Vs einzusetzen und diese dann erst schrittweise ersetzt durch die Terminalsymbole. Das heißt, die Reihenfolge der Umformungen ist hier in gewisser Weise irrelevant. Ich kann am vorderen und am hinteren Teil des Wortes Ersetzungen durchführen und es ist egal, in welcher Reihenfolge ich das tue. Das ist oft so bei kontextfreien Grammatiken, denn sie sind ja eben kontextfrei. Das heißt, was man ersetzen kann, kann man jederzeit ersetzen. Es wird nicht durch andere Ersetzungen, die ich an anderer Stelle des Wortes durchführe, beeinflusst werden. Und da sehen Sie auch, warum der Ableitungsbaum günstiger ist. Die Ableitung enthält nämlich Informationen darüber, in welcher Reihenfolge ich Dinge ersetzt habe, was für das Verständnis des Programmcodes ja überhaupt keine Bedeutung hat. Ich muss nicht wissen, ob ich, auch wenn ich mal vom Pausen ausgehe, ich muss nicht wissen, ob ich die erste Zeile im Programm zuerst geparst habe und anschließend die zweite oder umgekehrt. Das lässt sich unter Umständen unabhängig voneinander machen. Und das sollte keinen Einfluss darauf haben, in welcher Art und Weise das im Maschinencode letztlich übersetzt wird. Und der Ableitungsbaum abstrahiert also auf eine schöne Form von diesen Details und hat dann dennoch alle wichtigen Informationen parat. Das heißt, vom Ableitungsbaum zur Ableitung können wir beobachten, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Für jeden inneren Knoten im Ableitungsbaum muss es mindestens einen Ableitungsschritt oder genau einen Ableitungsschritt geben. Alles, was innen steht, muss einmal irgendwie expandiert worden sein, ersetzt worden sein. Und die Reihenfolge ist allerdings egal, sofern die Eltern vorhanden sind, bevor die Kinder eingeführt werden. Dann ist klar, ich kann keinen Kindknoten einführen, wenn der Elternknoten noch nicht existiert. Das heißt, ich habe viele Reihenfolgen zur Auswahl, aber nicht alle. Die Reihenfolgen müssen irgendwie sicherstellen, dass Elternknoten vor den Kindknoten sind. Und solche Reihenfolgen haben in der Mathematik, in der Informatik einen Namen, weil sie auch häufig gebraucht werden. Und zwar spricht man bei so einer totalen Ordnung, in dem Fall eines Baumes, die sicherstellt, dass die Eltern vor ihren Kindern betrachtet werden von einer topologischen Sortierung. Das ist eine topologische Sortierung, klingt kompliziert, ist es aber nicht. Das heißt einfach nur, ich traversiere den Baum in irgendeiner Form so, dass die Eltern besucht werden, bevor die Kinder drankommen. Jede mögliche topologische Sortierung der Knoten eines Ableitungsbaumes führt jetzt hier offenbar zu einer Ableitung. Und das sehen wir mal hier am Beispiel, da, pardon, an dem Beispiel, da habe ich Ihnen einen Baum, ganz abstrakt, mit sechs Knoten gezeigt. Und es gibt jetzt verschiedene topologische Sortierungen. Der erste Knoten muss stets das A sein, die Wurzel, und dann haben wir viele Auswahlmöglichkeiten. Ich könnte zum Beispiel in der Form A, B, C, D, E, F durchgehen. Das ist eine Breitensuche, und zwar von links. Ich arbeite immer weiter von der Wurzel entfernte Knoten in jedem Schritt ab und beginne dabei hier von links in diesem geordneten Baum. Da ist ja links und rechts klar definiert. Ich könnte auch von rechts suchen, dann würde ich A, C, B, F, E, D erhalten. Ich kann auch eine Tiefensuche machen, A, B, D, E, C, F. Das wäre die Tiefensuche von rechts, und ich könnte sie auch wieder umgekehrt von links durchführen. Dann hätte ich A, C, F, A, B, E, D. Und Sie sehen, das sind also alles verschiedene Arten und Weisen, wie man das bewerkstelligen kann. Und an den Begriffen Breitensuche und Tiefensuche erkennen Sie auch, dass das in der Informatik gängige Abarbeitungsstrategien sind, die Sie sicherlich auch schon anderswo mal gesehen haben, und die man gut und einfach implementieren kann mit verschiedenen wohlbekannten Algorithmen. Okay, also so erhält man eine topologische Sortierung. Machen wir es mal am Beispiel. Und zwar markiere ich jetzt hier, damit wir uns merken können, welches Symbol gemeint ist. Jedes dieser Knoten mit einem Index, das soll nichts an dem Symbol ändern. Das ist nur eine zusätzliche Hilfestellung, damit Sie wissen, auf welches S und auf welches V und so weiter ich mich hier jeweils beziehe. Eine mögliche Sortierung sehen Sie hier, S1, M2, S3, V5. Können Sie nachprüfen, dass das eine korrekte topologische Sortierung ist. Und zwar entspricht die der Tiefensuche von links. Das ergibt folgende Ableitung, die Sie hier sehen, oder folgende Ableitung, genau. Und entspricht auch der Ersetzung der Variablen von links her. Also ich ersetze immer, sobald möglich, zuerst die am weitesten links stehende Variable und dann erst gehe ich zur nächsten über. Genau, das ist eine sogenannte Linksableitung. Alternativ könnte ich auch eine Tiefensuche von rechts machen. Da fange ich hier in dem hinteren Zweig an. Das würde dann eine Rechtsableitung ergeben. Und diese beiden Begriffe der Linksableitung und der Rechtsableitung kommen auch hin und wieder vor im Kontext von formalen Sprachen. Und lassen sich auch sehr einfach veranschaulichen, sehr einfach definieren. Wie es auch gerade schon in meiner Erklärung vielleicht deutlich geworden ist. Ja, also man kann das auch ohne Ableitungsbäume leicht erhalten, indem man einfach in jedem Ableitungsschritt immer die Variable, das Nicht-Terminalsymbol, zuerst ersetzt. Das eher am weitesten links oder am weitesten rechts steht in dem Teilwort, was man bisher in der Ableitung erzeugt hat. Und das reicht, weil kontextfreien Grammatiken wird mit jeder dieser Strategien jedes mögliche Wort erzeugbar sein. Also Sie können frei wählen, ob Sie Linksableitungen und Rechtsableitungen konstruieren wollen oder irgendwas anderes. Und das wird stets dazu führen, dass jedes Wort auch konstruierbar ist. Es wird kein Wort verpasst. Das gilt nicht bei allen Grammatiken. Schon bei Typ 1 Grammatiken ist es manchmal nötig, die Ableitung in einer bestimmten Reihenfolge durchzuführen, damit Sie ein Wort wirklich erzeugen können. Das können Sie sich mal überlegen. Vielleicht fällt Ihnen ein Beispiel ein. Ja, Kontextsensitivität ist der Hinweis natürlich. Irgendwie muss hier was mit dem Kontext, mit den umstehenden Symbolen getan werden, was dazu führt, dass wir nicht jedes Wort erzeugen können, wenn wir nur von Links ableiten würden zum Beispiel. Machen Sie mal ein Beispiel. Es sollte nicht allzu viele Grammatikregeln brauchen, um dafür ein gutes Beispiel zu finden. Okay, also auch das eine Besonderheit, die bei kontextfreien Grammatiken gilt und natürlich auch bei regulären Grammatiken, die ja tatsächlich auch wirklich als Grammatik alle kontextfrei sind. Das heißt, da könnten wir auch so vorgehen. Nur, wenn Sie darüber nachdenken, stellen Sie natürlich fest, bei regulären Grammatiken gibt es auch keine Möglichkeit, keine Freiheit, über die Ableitung nachzudenken. Da in jeder Ableitung, in jedem Ableitungsschritt nur ein einziges Terminalsymbol im Wort vorkommen kann, ist es auch irrelevant, welche Strategie Sie sich vorher überlegen, das zu ersetzen. Es bleibt ohnehin keine Wahl. Also das heißt, bei regulären Grammatiken hatten wir diese Fragen nach der Ableitungsstrategie einfach nicht. Und bei kontextfreien kommen die jetzt ins Blickfeld und bei kontextsensitiven werden sie dann zunehmend problematisch, wenn es darum geht, mit Grammatiken zu arbeiten. Okay, gut. Das also zu Rechts- und Linksableitungen. Und jetzt möchte ich noch zum Schluss kurz ein, zwei Worte zum Thema Ableitungsbaum allgemein sagen, also auch vor allem aus Sicht der Anwendung. Was macht man mit Ableitungsbäumen? Naja, die allgemeine Grundlage dazu hatte ich Ihnen schon erklärt. Der Ableitungsbaum stellt die innere Struktur von Wörtern dar. Und damit ist er natürlich von riesiger praktischer Bedeutung, denn er gibt uns einen direkten Zugriff als Struktur auf das, was vorher nur flach als String verfügbar war. Und natürlich ist das die Struktur idealerweise, die auch vielleicht eine Programmiererin oder einen Programmierer im Kopf gehabt haben, als sie das aufgeschrieben haben. Also oftmals denken wir ja dann, wenn wir solche Sprachen benutzen, formale Sprachen benutzen in der Informatik auch an eine bestimmte Struktur, die uns eigentlich klar ist und die eigentlich unser hauptmentales Modell darstellt, während wir programmieren. Ja, wenn wir Ausdrücke mit ungematchten Klammern sehen, dann werden wir schon ganz zittrig, weil es unser mentales Modell behindert und für uns keinen Sinn ergibt. Ja, also wir denken oft schon in der Struktur eher als in der Oberflächensyntax. Und dementsprechend ist natürlich auch für Computer wichtig, Zugang auf diese Struktur zu haben. Ich hatte schon erwähnt, es geht meistens nicht darum, die, ja, also das ist das, was ich gerade gesagt habe, die erste Ersatz, es geht in der Praxis meist nicht darum zu prüfen, ob ein Wort in der Sprache liegt, sondern diese Struktur wollen wir ermitteln. Das ist das Wesentliche, was die Aufgabe für ein entsprechendes formales System da sein sollte. Beispiele gibt es reichlich. Programmierung habe ich bisher immer genannt. Sie können aber auch natürliche Sprache parsen. Also das ist etwas, was Noam Chomsky gut gefallen hat, natürliche Sprache zu formalisieren, Grammatiken aufzustellen und dann zu versuchen, sie dadurch besser zu verstehen. Das hat auch eine ganze Menge von guten Ergebnissen gebracht und wird auch weiterhin angewendet in der Sprachverarbeitung. Inzwischen hat man oft allerdings auch nicht-grammatikbasierte Verfahren im NLP-Bereich, ja, gerade in den letzten Jahren ist natürlich Machine Learning sehr wichtig geworden, wo man zum Teil auch Strukturen, Abhängigkeitsstrukturen erzeugen möchte, die aber nicht auf Grammatiken basieren. Also Grammatik ist in dem Fall nicht die einzige Art, wie man eine natürliche Spracheingabe verarbeiten kann und vielleicht auch nicht die erfolgreichste, aber trotzdem eine, die weiterhin von Bedeutung ist, wenn bestimmte Sprachverarbeitung gemacht wird. Und nicht alles, was natürlich erscheint, ist auch wirklich freie, natürliche Sprache. Ja, zum Beispiel gab es eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ich bin seit längerem nicht mehr in Facebook gewesen, aber wenn Sie Facebook nutzen, da gab es eine Grafsuche, bei der man auch die Möglichkeit hatte, in natürlicher Sprache eine Suchanfrage zu stellen, die dann im Netzwerk bestimmte Ergebnisse gefunden hat. Und dabei handelte es sich nicht um freie, natürliche Sprache, sondern das war tatsächlich eine formale Sprache, eine kontrollierte natürliche Sprache, wie man sagt, bei der man also nur bestimmte Eingaben machen durfte, was natürlich ein bisschen eine Schwierigkeit darstellt, aber auch eine Vereinfachung, denn dadurch konnte zum Beispiel diese Suchmaske den Nutzern jeweils Hinweise geben, was sie denn als nächstes eingeben sollten oder konnten. Also das heißt, es gab in diesem Interface dann Autovervollständigung für die Sucheingaben, was natürlich für eine formale Sprache viel einfacher zu bewerkstelligen ist, als für eine natürliche Sprache, wo man im Prinzip völlig frei ist dabei, was man als nächstes gerne eingeben möchte. Also das war auch eine Art von natürlicher Sprachverarbeitung, die auf einer rein formalen Grammatikebene zurückgeführt wurde und in dem Fall hatte das eben den Vorteil, dass man nicht nur den Nutzern fest vorgeben konnte, was möglich ist, sondern auch dann wusste, wie man die Eingaben der Nutzer interpretieren konnte. Also die Anfragen, die dann jeweils zu jeder Nutzereingabe gehörten, die waren fest definiert durch die entsprechende Grammatik. Und wer weiß, vielleicht sehen Sie es noch, wie gesagt, wenn Sie Facebook nutzen, gleich sehen Sie es. Dann hatte ich genannt, natürlich Syntaxbäume von Programmiersprachen, keine Frage, werden benutzt, wenn Sie Compilerbau hören oder irgendwelche anderen modernen Vorlesungen zum Thema Sprachverarbeitung oder also Programmiersprachenverarbeitung, Programmiersprachenoptimierung, dann werden Sie sicherlich viel mit Syntaxbäumen zu tun haben. AST, Abstract Syntax Tree ist dort eine wichtige Datenstruktur in der Zwischenschicht zwischen den Inputs des Programmierers, der Programmiererin und der fertigen generierten Maschinen-Binary. Ein drittes Beispiel, das hatten Sie auch im vorigen Video mal kurz gesehen, die Mark-Absprachen. Und da hatte ich XML Ihnen gezeigt, was vielleicht nicht die Sprache ist, mit der Sie am meisten zu tun haben, obwohl es natürlich eine Reihe von Dateiformaten gibt, auch geläufige Dateiformate gibt, die auf XML basieren. Noch viel, viel geläufiger ist natürlich HTML, das braucht man immer mal, wenn man irgendwo eine Webseite schreibt oder selbst nur Snippets für eine Webseite schreibt in irgendeinem Content-Management-System. HTML ist natürlich auch eine Sprache, also es gibt einige Formen von HTML, die überhaupt XML-Dialekte sind, das ist nicht unbedingt mehr ganz strikt so, aber es ist immer noch eine Sprache, die an sich auch in ihrer Struktur sehr baumartig agiert. Das heißt, dort ist die Baumstruktur des Dokumentes überhaupt die Hauptstruktur, die man sich denkt für das Dokument. Also das heißt, das HTML-Dokument soll einen Baum darstellen. XML-Dokument natürlich auch. Dieser Baum ist als DOM-Tree bekannt, ja, für HTML und wenn Sie irgendetwas mit HTML machen und vor allem, wenn Sie Style-Sheets auf HTML anwenden, dann müssen Sie sich mit dem DOM-Tree auseinandersetzen, also wenn Sie JavaScript dafür entwickeln und den entsprechend navigieren. Und daher haben Sie vielleicht auch schon ein Gefühl aus eigener Erfahrung, wenn Sie ein bisschen da rumgehackt haben, was ich hoffe, ja, ich hoffe, Sie haben sich sowas schon mal angeschaut, ja, es ist einfach genug, dass man eigentlich von jedem Informatiker, jede Informatikerin erwarten kann, dass man das mal gesehen hat, auch wenn es jetzt in keiner Lehrveranstaltung vorkommt. Dann haben Sie sicherlich gesehen, wie man also zum Beispiel ein einfaches JavaScript schreibt, um unterhalb eines bestimmten Knoten bestimmte Änderungen zu machen. Das heißt, Sie wissen dann aus erster Hand, wie es sich anfühlt, mit so einem Syntax-Baum zu arbeiten und in dem irgendetwas zu manipulieren oder zu navigieren oder Attribute zu setzen aufgrund der Baumstruktur. Okay, also Bäume überall, Grammatiken, Kontextfrei Grammatiken überall und reichlich Möglichkeiten für interessante Anwendungen. Das lasse ich großteils für andere Vorlesungen frei, beziehungsweise Sie dürfen es auch gern selbst lernen. Ich denke, vieles davon ist so angewandt, dass man da keinen Kurs an der Uni hören muss, sondern dass man das sich schnell mal selbst beibringt, wenn man es braucht. Sie werden hier, wenn Sie dabei bleiben, erst mal noch mehr über kontextfreie Sprachen lernen in den nächsten Vorlesungen. In der nächsten Vorlesung natürlich auch eine große Frage, die zu klären sein wird, ist, wie man das Wortproblem eigentlich löst bei kontextfreie Sprachen. Bei regulären war das relativ einfach. Da hatten wir ja Automaten und man konnte sich leicht vorstellen, wie man so einen Automaten abarbeitet, um zu testen, ob ein Wort in der Sprache ist. Das ist hier nicht mehr so offensichtlich. Wir haben auch noch keine Automaten. Gibt es so etwas wie ein Berechnungsmodell, eine Art von Automaten, die zu den kontextfreien Grammatiken passt? Das müssen wir auch mal klären. Und jenseits dessen wird es natürlich auch irgendwann mal um nicht kontextfreie Sprachen gehen, also die Grenzen dieser kontextfreien Sprachen. Aber das kommt dann später. Für heute reicht es erstmal und ich glaube, ich habe Ihnen den Wunsch erfüllt, dass wir auch mal eine Vorlesung haben, in der die Gesamtlaufzeit der Videos unter 90 Minuten liegt. Das kann auch mal passieren. Dann also bis zum nächsten Mal und tschüss.